Um diese zwei Meridianen zu streiten, all die weg zu hier. Du könntest sogar hier fühlen. Und das gibt es wieder Raum. Und du fühlst, dass du vielleicht ein Blut, das halb von dir sein wird, und das letzte Blut wird wie ein automatisches Reflex. So fülle es, bis zum Teil des Lungs. Das löst immer Angst. Wir werden mit dem Gewicht des Partners jetzt arbeitend und durch die Meridiane dehnen und werden den ganzen Meridianen verlaufen entlang spüren. Und ihr werdet auch merken, wie die Atmung sich sehr tief und tief in den Unterbauch kommt, wie mit einem Reflex. Und das wird immer auch Angst freisetzen, also lösen. Auf der anderen Seite, wenn du eine Stiftbeck hast und es falsch bekommst, dann fühlst du keine Reliefung. Das wird schmerzen. Auf der anderen Seite, wenn der Rücken schon sehr steif ist, sehr hart ist und man es nicht richtig macht, dann wird man natürlich keine Erleichterung darin finden. Es wird sogar schmerzvoll sein. Also, wenn du eine Stiftbeck hast, wenn du eine Stiftbeck hast, dann kannst du deine Elböse benutzen. Watch her. Do you know what I mean? Oh, no. Oh, no. Das sollte Spaß machen. Wenn ich... Ich gehe zu dir über den Top von, wenn es zu viel ist, dann kannst du deine Hände oder die Elböse benutzen, damit du hier nicht brechen kannst. Und dann musst du dich nach Hause in der Stiftbeck nehmen. Also, ich zeige Ihnen mal, wenn es euch zu viel wird mit dem Vorbeugen und dem Gewicht, dann könnt ihr eure Elböse benutzen und euch abstützen. Ready? All you have to do is just bend like grass in the wind. Okay. Alles, was du tun musst, ist dich einfach... There's no wind. Don't talk. Don't talk. When I push it. Don't talk. Just let it go again. Like this. And you just relax. And I told you, it's always the same, the clothes you have to pull down again. Okay. Okay. The guy on top, or the girl, should be relaxed and look like this. Something like this. Please listen. It's important for the person in my position that I get to wear her back supports the bottom of my back and my legs are stretched and relaxed and the arms also. In fact, if you want to find out, every part of me now is just floppy. Except for the arm which is going to stop me pulling. Even the back of my head, also connection points with bladder Meridian. And Governor Meridian is lying on the back of her head. So it's really moving together. Kidney one against kidney one. Also we legen jetzt die Fußsohlen aneinander. Niere eins zu Niere eins. Und die Zunge zurück auf die erste Position. Okay. Hinter die Schreizehlen. And hold with right hand. Yin. Hold the toes. Firmly. Mit der rechten Hand greift ihr die Zehen fest. We don't get back. Left hand, cover. Hand palm, left hand. Hold to the right hand. So, yang over yi. As it should be. Then the tongue in the first position. And feel the warmth. Then you understand the Eskimos. If you have, we all have them. So, choose your favorite fear. While you are feeling this warmth. Put your attention on the warmth with your body. And then try to feel the fear. It will be like electricity through your body. Even on your skin. Then go back to the wind. It will be like electricity through your body. Even on your skin. Then go back to the wind. Keep the binding with the tongue. And the breathing in the abdomen. Haltet die Zunge zurückgerollt. Und den Atem im Abdomen. Im Unterbauch. When you feel calm, try to feel the fear again. Und wenn ihr ruhig werdet, versucht die Angst zu spüren wieder. But keep your attention on your breathing position and tongue and water. You will experience a very strange phenomenon that your mind is not used to. Because the mind does not expect us to know an exercise in the west, which will conquer the attention we give to fear. Because our thinking is not used to such a exercise, which will defeat the fear and the attention we give to fear. It's given. This is so strong that some of you may even hear bells ringing. you can see that. You can see that when it comes to smoke and the other people, you can see that you can hear it. You can see that if you hear it. You can see that if it's true. What kind of? All right. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020